Die Top 5 Amazon Warehouse Deals, die besten Produkte zu günstigen Preisen. Los 5 Mechores Amazon Warehouse Deals minus Los Mechores Produktos a Prefios Increibles. Ich habe das Apple iPhone 8 in der Farbe Space Grau gekauft und bin sehr zufrieden damit. Obwohl es sich um ein general überholtes Gerät handelt, funktioniert alles einwandfrei und sieht aus wie neu. Der Bildschirm ist gestochen scharf und die Kamera liefert tolle Bilder. Auch die Batterielaufzeit ist sehr gut. Es ist sehr einfach zu bedienen und hat viele tolle Funktionen. Ich kann das iPhone 8 jedem empfehlen, der ein zuverlässiges und hochwertiges Handy sucht. Die Lieferung war schnell und der Preis war angemessen. Ich habe das generalüberholte Apple iPhone 11 Pro Max mit 256 GB in Silber gekauft und bin absolut begeistert von dem Gerät. Die Größe des Bildschirms ist perfekt für das Ansehen von Videos und das Durchsuchen von sozialen Medien. Die Kameraqualität ist unglaublich und bietet wunderschöne Bilder mit lebendigen Farben. Das Betriebssystem läuft reibungslos und die Touch-ID-Funktion ist sehr schnell und praktisch. Ich kann dieses Handy für jeden empfehlen, der nach einem hochwertigen und zuverlässigen Gerät sucht, das zudem preislich erschwinglich ist. Ich bin absolut begeistert von den Beoplay EQ von Bang & Olufsen. Die kabellosen Bluetooth-In-Ear-Kopfhörer passen perfekt in mein Ohr und bieten dank ihrer aktiven Geräuschunterdrückung einen ungestörten Musikgenuss. Die sechs Mikrofone sorgen für eine klare Sprachqualität bei Telefonaten und die 20-stündige Akkulaufzeit ist einfach unübertrefflich. Die leichten Kopfhörer werden in einer stylischen Aluminium-Ladebox aufbewahrt und sind mit einem USB-C-Kabel leicht aufzuladen. Der Sandton der Kopfhörer ist auch optisch ein absolutes Highlight. Ich kann die Beoplay EQ jedem Musikliebhaber nur wärmstens empfehlen. Ich habe den Lurisa Akku Staubsauger 33 KPA gekauft und bin sehr zufrieden mit ihm. Das kabellose Design und das Anti-Tangle-Kabel sind sehr praktisch und ich kann ihn problemlos in jedem Raum benutzen. Die automatische Stauberkennung ist auch eine super Funktion, da ich so jede Ecke des Raums gründlich säubern kann. Die 360 Grad drehbare Einstellung der Saugleistung ist sehr bequem und ich kann ihn leicht einstellen, um unterschiedliche Ebenen des Schmutzes aufzunehmen. Die Laufzeit von 55 Minuten ist für eine Saugleistung von 400 Watt ziemlich gut. Insgesamt ist es ein großartiger Staubsauger, der schnell und einfach zu reinigen ist. Ich habe den Epson EHTW 71004K Pro UHD 3 LCD Beamer gekauft und bin beeindruckt von der enormen Bildqualität, die er liefert. Die 3000 Lumen Weiß und Farbhelligkeit sorgen für ein helles und klares Bild, das Kontrastverhältnis von 100.000 zu einer Macht dunkle Szenen unglaublich detailreich. Die integrierten 10 W-Lautsprecher sind auch von guter Qualität, aber ich habe mich für das optionale WLAN entschieden, um den Beamer direkt mit meinem Soundsystem zu verbinden. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit meinem Kauf und würde diesen Beamer auf jeden Fall empfehlen. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.